Ein Wunderschön! Ich würde mal sagen, Back to the Roots! Wir spielen... Ja, was denn eigentlich? Aaaaah! Ja, komm! Back to the Saturn! Ich bin gerade um für Flow! Wow! Mhm, 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 mhm! So! Wir sind... ... in einer Welt voller Zombies! What the fuck, what the fuck! Halt mir nicht so aufgängig hier! Ist das für alle da? Was für die Hölle! Kein Respekt mehr vor die Stärke des Stärkeren! Aha! 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 So! Na komm! 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 Aha! Nur weil man dich nicht sehen kann, heißt das nicht, dass ich dich nicht sehen kann! Ich mag jetzt das Risiko zu spielen! Ich mag es aber nicht zu sterben. So sind es ja auch welche, oh Gott, dad, 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 hallo, hallo, ja kommt, ja kommt, ja ziehe ich jetzt bitte, du kommst weg, du kommst hier, oh, du scheiße, äh, danke schön, danke schön, danke schön, danke schön, danke schön, was ist du, achso, na gut, ne, ich auch, wo ist die Rostung, wo ist die da, äh, aber hier noch was, äh, nein, danke schön, ich mach mal kurz meine Kopfhörer ein bisschen lauter, so, ähm, Kraft der Physik, die ich mich verstehe, rede ich jetzt noch lauter, oder muss man mich wahrscheinlich auch besser was verstehen, na komm, jetzt hier, bam, mein, das sind ja alle, eigentlich, komm, 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 ja, 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 ich verstehe deine Sorgen, ich mach mal nicht weiter, jetzt hat mich richtig gedrückt, und ich mach mal weiter, so, nein, nicht gern, danke schön, hm, geht's schon runter, Na, ich geb mal den anderen Blieb. Ach so, haha. Ja gut, wir dürfen hier noch gar nicht drauf. Das wäre ja springen. Ich schon wieder. Ähm, ja. Dann geht's ja bloß hier weiter. Aha. Es geht also, ach du Scheiße. Ach du Kacke. Na komm, na komm, na komm. Komm in mein Visier, komm in mein... Ich hau dich gleich platt. What the fuck. Noch mehr? Oh. Ja. Nein. Oh, doch ja. Da war aber so'n Fett, man. So, ist das gut. Aha. 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 Da war ja auch noch ein Kollege. Immer diese Leute, die mir Waffermaschinen antreten wollen. Da kommen nur noch welche. Da kommen ja Hilfe, Hilfe. What? Hey, ich sag dir, nein. Traum zu Pappi, traum zu Pappi, traum zu Pappi, traum zu Pappi. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Aber sonst geht's noch, oder? Na ja, mach das mal wieder, ich sag dir fertig. Habt er verdient. Scheiß Bitches. Komm her. Komm her. Komm her. Schau auf den Pappi. Okay, die krieg ich auch mittels dem Ding hier weg. Oh ja, kommt mal her, kommt mal her. Die nebst du eigentlich noch? Nein. Hab ich den jetzt umgebracht, oder hab ich jetzt anrufen? Ich schätze mal, hier darf man auch nicht hin. Lassen das mich jetzt rechnen lassen. Da ist auch noch einer. Da ist auch noch einer. Komm zu Pappi. Ich muss hier auch zu Hause. Komm her. Du kleiner. Warum sind so viele böse mit meiner Religion nicht zu? befriedigend seien denn Wesen? Meine Religion hat bisher noch jeden ernährt. Denn auch Scheiße kann gut schmecken. Mit ein bisschen Vanillepudding und Eierlöcher. Hallo? Hier gibt's noch schön... Raketidos. Aha. Da geht's weiter. Oh. Hallo? Boah. Ja, genau. So, da geht es mal hier lang. Hier sind wir eigentlich auch die Televis. Nein, aber doch nicht. Ach, die Kacke. Komm her. Fuck. Fuck. Ich hab die Puppe nicht gespeichert. Habt ihr dieses Grollen grad auch gehört? Ich will ja nicht zu viel versprechen. Aber ich nehm mal an, hier ist irgendwie ein Spider-Mastermind oder ein Cyberdemon. Oder gibt's doch mal an, hier ist irgendwie ein paar Kräuter. Oder gibt's doch mal andere größere Monster? Eigentlich nicht, ne? Ich hab die Puppe nicht gespeichert. Ich komm her. Ich komm her. Komm her. Ich hab euch alle. So. 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 Hier muss ich jetzt aufpassen. Da oben ist ein bisschen Action. Komm, 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 komm. sicher noch weniger das funktioniert das geht auch hallo okay ach so ja mir ist leider aufgefallen dass ich habe tun meine grafikkarte quatsch mein bildschirm hat ja nur eine auflösung von ganz knapp unter full hd weil ich habe hier fürs spiel ein extra monitor der ein bisschen licht stabiler ist dafür nicht so farbecht ist so eine etwas ältere krücke die kommt eigentlich so aus dem ja offen aus dem industriezweig wird also eigentlich so eine industrie hergestellt von lg und er hat eine auflösung für 1680 x 1050 und youtube denkt sich so fast das bild mal ein bisschen hochzurechnen rechtlich ist nur und das heißt also ihr konntet bisher maximal 720p gucken obwohl ich fast full hd hatte ich werde da jetzt kleine workaround nehmen und zwar werde ich dämonen umbringen nein und zwar werde ich das video selber hochskalieren um 30 pixel in der höhe also ihr werdet davon wahrscheinlich kommen was mitbekommen weil es ist eine skalierung von 1050 auf 1080 also bei über 1000 pixel wenn gerade mal um 30 hochskaliert ihr werdet das nur als vorteil bekommen weil ihr nämlich neben dem 720p endlich auch den full hd vollkommen werdet also bisher in dem sinne kein full hd für euch ist ja hochskaliert aber auf jeden fall wesentlich höhere qualitäten als bis 720p ich weiß aber noch nicht ob das wirklich machen kann das wäre jetzt meine erste testaufnahme wenn dabei also was schief läuft oder ich nicht hinbekomme was ich wovon ich nicht ausgehe dann kann natürlich auch sein dass das ganze nichts wird aber ich gehe mal schon davon aus weil ich benutze ja zum encodern zum ähm captchern et cetera nehme ich ja ffmpeg direkt und das schöne an ffmpeg ist man kann mit ffmpeg einfach alles machen na also ich weiß nicht ich benutze linux um genau zu sein benutze ich knoppix version version ich weiß gerade gar nicht was ich auf dem rechner zählen habe aber mindestens person acht ist halt basiert auf debia ich spreche wieder hierauf ja von daher das bot keine ahnung aber der ist es läuft euch eine rakete aus und das denn bei dem beispiel nicht mehr ja komm her kommt sie papi jetzt kommt alle her kommen alle her kommt alle her kann man die vier aufmachen ja kommt auch wenn es ja quasi haupt gewinn beim schalter bauen ja ich glaube ich habe zu wieder zu viel vorgenommen bitte geh vor mir bitte geh weg bitte geh kommt ihr mal raus oder was ich will euch ficken das geht nicht wenn ich euch nicht ficken kann ich hoffe ihr könnt meiner logik nachvollziehen meine logik nachvollziehen meiner logik folgen eins von beiden grammatik war noch nie mein freund eigentlich schon ja und heißt also ich nutze linux und dementsprechend konsole und von konsolen werkzeugen kann man her das ist wunderbar benutzen weil er vergessen konsolen tool gleichgleich bin ich ich gehe mal hier raus dankeschön und dementsprechend ist natürlich ffmpeg meine erste wahl weil ich nehme wie ihr gesehen habt sowieso alle machen sowieso alles per konsole wegen weil befehls historie einfach nur noch eine falsche tatsche nach oben drücken und habe direkt alles außerdem bin ich sowieso programmierer und programmiere ich weiß nicht ob ich das ganze schon bei meister erzählt hatte auf jeden fall für die die meister nicht kennen oder nicht geguckt haben ich bin ich bin absolut scheiße klingt doch fast wie spider monster meint oder wahrscheinlich ist ja also ich bin doch irgendwo eine spinne ok da kriegst ja depression kriegst du da ja komm her komm her komm her noch mehr die jungen von mir wollen ok jetzt gehen wir mal ganz taktisch vor das ist ja eigentlich kein zielfunk ich habe hier keinen einzigen punkt wo ich einfach mal was speichern kann deswegen definiere ich jetzt einfach mal ich räume nur noch den hier weg weil mich der stört ach so der kommt gar nicht zu mir ich gehe einfach mal hier rein und definiert das hier als safe rum auch wenn die gerade schon rum gebrüllt haben ich gehe also nicht davon aus dass dieser raum wirklich safe ist zumal die auf dem balkon ist na egal ich spreche einfach mal ja ok 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 so und ähm aufgrund dessen nutze ich halt ffmpeg und ffmpeg also ich nutze tun avconvert also a v c o n v wie ihr ja auch in der konsole sehen könnt ab jetzt wahrscheinlich und das kann halt alles machen was das jetzt begehrt und dementsprechend gehe ich davon aus dass die ganze funktionieren wird ich muss es halt nur tun und habe es ja nicht getan weil ich bei youtube gar nicht drauf geachtet habe ob meine videos die die ich in fast full hd hochladen auch wirklich in full hd kommen beziehungsweise ich hatte geguckt am anfang äh da ging ich aber davon aus dass es definitiv hochgeladen ist weil youtube renner der internet sowieso noch mal um und geht dabei von der kleinen stufe zur größten stufe heißt also wenn man ein video hoch lädt ist es am anfang von 144p verfügbar dann in 240p, dann 360, 480, L-O-Mio, äh, meine L-O-Mio und ich kenne einfach davon aus dass ich halt noch zu früh geguckt hatte und dementsprechend das video bisher nur in 720p verfügbar war und ging halt einfach davon aus dass die full hd wird nur noch nachgereicht wird von youtube dem scheint aber wie nicht zu sein und das erkläre ich mir halt so dass youtube halt wirklich ausschließlich runter rechnet und nicht hoch rechnet deswegen werde ich diesen schritt das leider alleine machen müssen eigentlich schade weil youtube hat jetzt nicht gerade den ruf dass qualitäts hochwertig ist von daher ist es schwachsinn dass die für sich sagen wir rechnen runter weil beim hochrechnen ja wird der kunde praktisch beschissen so viel stolz traue ich google gar nicht zu in der hinsicht von daher naja warum ist es egal ich würde es auf jeden fall so machen ok das habe ich wieder gespeichert kommt her kommt her kommt alle her ich habe keinen bock mehr auf euch das war so geil und das war alles umsonst mal wieder ich wäre beinahe drauf gesprungen ich stand auch schon mit einem c stand ich drauf die spurensicherung wird später meine fußabdrücke finden ja das habe ich auch noch nicht drauf genau also ja das geht schon hier auf mann alter ok und wir wissen schon mal dass hinten im raum zwei wäber nance drin sind kommt jetzt kack und die muss von alleine oder muss jetzt noch rufen aber die kommt von alleine kommt ihr auch ja die kommen auch aha sehr schön nein perfekt jawoll genau das genau das ihr ja 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 Ah, komm, kein Spinner, du. Hat das denn noch einer? Oha, und weg, und weg. Okay, hier ist nichts mehr. Ah, das gibt's ja nur schon mal einen abgeschlossenen Raum, bin ich irgendwie als... Safe Ruhm missbrauchen kann, ja. Da ist schon der nächste. Arschkanackenrugelsohnbitch. So, wo geht's jetzt hier weiter? Ah, aha. Okay. Okay, achso. Und wo geht's jetzt hier weiter? Da hör ich was, aber ich komme nicht rauf. Achso, ja klar, hier durch die Tür. Kann ich jetzt hier speichern, oder...? Ich speichere einfach mal. Alle weg, alle weg, alle weg. Da ist ein Knopf. Aha. Na komm her! Gott, der hat mich. Hallo? Hallo? Hallo, keiner war? Ja. Schon als Safe Ruhm. Kann man die Tür schon machen? Nein, kann man nicht. Ich bin's raus, das jetzt brauchst du mal als Safe Ruhm. Bäh. Mann, ey. Immer wenn mal die Gigi seine Maus kommt. Hier kann man nichts drauf machen, schade eigentlich. Aber hier kann man wahrscheinlich was aufmachen. Aha. Sieht noch übersichtlich aus. Bäh. Ja, das ist eine Spinne. Hä? Äh, Minigun habe ich noch nicht. Das ist schade. Äh. Äh, trau dich doch, du Schlampe. Ja. Ja, ja, ey, äh., äh, 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 ja. Kurp, ja, ja, ja. Komm, stirb, stirb. 마무� inspiriert. Ja, komm. Ich geh mal davon aus, sie sind alle weg. Von daher... Wenn wir uns mal vorsichtig... Ach, da ist noch einer. Okay. Kriegt man jederzeit wieder auf. Das ist sehr schön. Dann habe ich einen Rückzug zu Ort. Da ist noch einer hinten. Ja, komm her. Aber treffe ich natürlich nicht. Jetzt. Jawoll. Was? Ach, da. Ach, da. Oh, Gott. Aha. Okay. Ja, das ist eine Standard-Hackling von mir, weil ich hier um die Ecke möchte. An den äußersten Rand, also hier, rantasten und dann einfach rums-wraven. Du dachtest wohl, ich sehe dich nicht. Noch mal zum Mitschreiben. Nur weil du denkst, dass ich dich nicht sehe. Hat das noch lange nicht, dass ich dich nicht sehe? Da versucht es der Nächste. Leute, versucht doch mal was Moderneres. Versucht mal Telekinese oder sowas. Sag mal, langsam wird's witzlos. Hä? Hä? Oh, 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 oh. Das? Mann, ich hab die mit Action. Ach du, Kacke. Ich bin er. Ich bin er. Ich. Nein, nein. Danke. Ach du, Kacke. Ach du, Kacke. Ach du, Kacke. Ich hasse Spinnen. Hä? Die kann hier langlaufen? Okay. Da ist zu. Was ist denn das? Ach so. Die ist jetzt wahrscheinlich hinter der Tür hier. Ja, genau. Okay. Das macht Sinn. Haha. So, wieder runter. Nicht, dass ich hier noch die Map kaputt mache. Äh. So. Immer schön ordnungsgemäß. Immer schön ordnungsgemäß sein. Gott, meine Sprache ist ja absolut abartig heute wieder. Okay. Da muss ich hoch. Da ist ein Knopf. Jetzt muss ich meine detektiven Fähigkeiten einsetzen und denken. Und, oh, ich glaube, ich liege ein Ei. Aha. Okay. Detektiv Conan sprach zu mir. Und flüsterte mir, dass dieser Schalter wahrscheinlich für dieses Ding ist. Also werde ich in meiner Genialität diesen Schalter umlegen. Und hoffen, dass ich vielleicht 500.000 Gegner spawnen. Ah. Mein Gebet wurde erhört. Noch sehe ich keine Monster. Hallo. Hab ich jetzt aus Versehen in echt gebetet. Na, das ist jetzt schon fast ein bisschen lame. Na, die nehme ich auch noch mit. Dich nehme ich noch. Mal gucken. Mal gucken, was habe ich eigentlich alles. Amor habe ich auch bis. Ach, Amor habe ich noch gar nicht. Oh. Ich habe jetzt ja nur helft. Aha. Aha. Ja. Ja, und da fügt sie dann schon die Kohle für. Okay. Nichtsdestotrotz werde ich das jetzt mal hier liegen lassen. Ach, Quatsch. Komm, ihr habt ja ein Lipptiernehmer. Ist ja... Wollen wir mal nicht geiern. Und jetzt geht es einmal schön brav zurück. Ja, leck mich doch. Wollte ich mich jetzt gerade komplett verarschen? Das ist die Götzchen, die ich hier... Leider wollte ich gerade sagen, nicht auf. Aber er wohl eher zum Glück nicht auf. Das heißt, das draußen hier kann ich das als Safe Room. Auch wenn der Room ein bisschen offen ist. Na ja, wie macht ihr am besten? Alter, wir haben gerade die Rüstung aufgenommen. Arschloch. Scheiße. Komm. Uppsala. Uppsala. Ich liebe es einfach, meine gesamte Rüstung zu verschwenden. So, hier kommen wir jetzt durch. Genau. Ich gucke mal ganz kurz nochmal, wie es aussieht hier wegen Munition, etc. Ach ja, hatten wir ja auch nicht aufgenommen. Also hatten wir aufgenommen. Ist richtig. Allerdings sind wir dreimal oder so gestorben. Das heißt, wir haben sie auch dreimal wieder verloren. So, da muss ich durch. Jetzt mal schön kontrolliert abstürzen. Dankeschön. Und jetzt geht es einmal oben lang. Ist ja süß. Hä? Achso, hier ist die Stufe. Achso, mal gucken, ob hier was gibt. Hier hinten schon mal was. Hier hingegen sieht es relativ mau aus. Aha. Na ja. Dankeschön. Den Blitz kann ich jetzt gerade wahrscheinlich eher weniger gebrauchen. Andererseits geht es hier plus hier rauf, ne? Na, ich gucke mal gleich was hier. Achso. Ja, okay. Okay. Das war das hier. Ah, da kann ich den Blitz also wirklich noch nicht gebrauchen. Lass ich den einfach hier liegen oder nehme ich den trotzdem mit auf? Na so, die Raketen kann ich auch nicht gebrauchen. Das wäre Verschwendung. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Von daher nehme ich einfach mal eine Raketenwerfer, weil wir haben ja Raketen liegen und nehme den Blitz und Feuer speichern warst, dass für den Fall, dass es wirklich eine Verschwendung war, ich nicht so verschwenderisch bin und dann kannst du verschwenden. Ja, da geht es lang. Hallo, wer ist hier? Oh. Ja, ja, ja. Weiter, weiter, weiter. Wir müssen den Blitz blitzen. Oh. Ja, ja. Jawoll. Oh. Was machst du denn hier? Wo kommst du denn jetzt her? Ich kann mich gerade Geld dran an. Achso, die sind hier gespawnt. Arschlöcher, wo kommst du denn her? Ja, weg, weg, alle weg. Ach du, kacke. Nee, los. Gibt es hier was umsonst? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Was? Äh. Oh, hallo. Ah, jetzt kommen wir dahin, wo ich vorhin schon war. Das hier. Das hier. Bei der Revenance. Da kommt mal her, kommt mal her, ihr kleinen Bitches. So, speichern wir mal, die ist ja safe room. Oh, noch mehr. Leute, lasst euch mal was einfallen. Okay. Was gibt's hier? Hier geht's gar nicht. Da fährt einfach eine Kabine hoch, oder das darfst du, was ist denn hier los? Da. Da. Bitte, geht weg. Alle weg, alle weg, alle weg, alle weg, alle weg. Na. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ja, komm. Äh. So. WAAA! Was zur Hölle? Äh. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Geht's weg hier, alle weg. Oh, Alter, ist aber hier. Äh. 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 Fuck you. Fuck you. Fickity fuck. Gefuckter Feifuck. Fuck. Pause. Pause. Wo ist Pause? Da. Äh. Gut. Okay. Okay. Also, da kommt ein Cyberdemon und ganz viele Ballerbummännchen. Kann ich irgendwie erstmal versuchen, diese scheiß roten Dinger da irgendwie rauszuholen? Ich muss mal kurz gucken. Und wenn ich Glück habe, kriege ich diese roten Fischer-Fuss gelockt. Ja, jetzt verriert mich nicht. Geht's weg. Wo sind die roten? Hallo? Wo sind die roten? Hallo? Die roten Riesen. Da hab ich einen gesehen. Ich hab einen gesehen. Ich bin gleich weg. Scheiße. Da. Komm. Fuck you. Ach du, tacke. Ach du, tacke. Nein. Geh mal weg. Ich, 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 ich hau dir nicht die Fresse breit. Komm her. Ich mach dich, Töner-Täler. Alter, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Komm noch. Ja, das ist natürlich von der Feld der viel zu wenig gewesen. Das war natürlich klar. Aber ich komm auch hier nicht durch. Och maaann. Ne, das wird nichts. Das wird nichts. Das kann ich vergessen. Das wird gar nichts. Na komm, ja komm, ja komm, ja komm. Ah, alle weg, alle weg. Das ist ein allerweg. Und ich tritt noch wieder raus. Äh, komm, komm. Ja, gut, dann muss ich mir wieder diese komische Dinger kaufen. Diese, diese Karte, diese Kräger. Ja, ja, komm. Oh Mann, du leckst du am Arsch. Ihr seid doch alle krankhaften Bastarde. Ja, ich mach so, kann ich ja. Oh. Kann ich ja in der, in dieser Karte, die mit von mir nicht aufnehmen. Ja, komm her, 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 komm her. Ja, aber hallo, hallo. Ich mach dich, der Töner Teller. Dann hat dich aber ausgedönert, Herr Lapp. Danke für den kleinen Sack. Ich bin weg, ich bin weg. Ach, da ist der. Komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her. Du auch. Gut, okay, okay, jetzt, was ich wollte. Jetzt, 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 jetzt. Ah, ich hab mich ausgeträgt. Ihr kleinen Nutten, ihr Nutten. Wo ist denn jetzt, ich dachte, ihr ist hier. Hallo. Oh, ihr seid doch alle gern, habt ihr, krankhaft, krankhaft, krankhaft. Er kommt, komm, 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 zu. Scheiße. Fick dich. Wo ist ja? Was? Äh, irgendwelche, ja lol. Oh. Ja. Deswegen war die Oma auf diese Balkons. Och, leck mich doch. Okay, okay. Ja, okay. Arrolli, reiß dich zusammen. Äh? Ich versuche jetzt mal den hier wegzubekommen, damit so ein bisschen ruhiger wird. Ich hatte auch kein, ich, ich, ich scheiße jetzt einfach mal, ich scheiße jetzt einfach mal auf diesen Kacksafe rum. Ich scheiße jetzt einfach bei der links geliehenen Möglichkeit. Äh, da schieß doch mal. Ja, lol. Komm, na ne. Es ist auch nicht zu viel schießen. Kommt der wohl nicht mehr durch, oder? Doch, Papa. Ja, du, ich, das ganze Rumlaufen, verliere ich viel zu viel Zeit. Dann ist das ne Kacke. Ja, wow. Ja, komm her. Ja. So, wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Hier geht's weiter. Okay. Wo geht's weiter? Da geht's weiter. Weiter, weiter. Los, wir müssen hier am Schluss bleiben. Ja, 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 ja. Achtschiff deine Oma. Achtschiff deine Oma. Was ist denn hier los? Ich seh gar nichts mehr. Es geht einfach alles nur noch rot. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her. Ich mach euch alle Dünnerteller. Da ist, wer ist da? Du bist da, du bist da, bist du ja. So, wo geht's hier weiter? Nimmst du. Achso, es war ein Kreis. Äh, da. Ja, 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 und dazu. Los, ab, das muss jetzt hier, das muss gerockt werden. Perfekt. Ja, ja, so kann man das lassen. Meine Fresse. Alter Scheiße. Verdenkt sich so eine Kacke aus. Oh, das ist noch ein Schalter. Meine Detektiv-Connen-Fähigkeiten sagen wir schon wieder, dass das hier irgendwas zusammengehört. Oh, kann ich ganz aktivieren, ich brauche noch einen blauen Schlüssel. Wo auch immer ich jetzt einen herbekomme. Also hier bekomme ich zumindest schon mal blaues Leben her. So, Raketen habe ich jetzt wieder. Kettensäge bin ich auch wieder voll. Das gefällt mir schon mal relativ gut. Ich muss jetzt nur gucken... Ah, okay. Das andere habe ich auch schon. Was bist du eckig? Achso, Plasma. Ah, ist auch voll. Äh, da ist das Exit. Komme ich hier schon runter? Nee, komme ich nicht. Okay. Gucken wir mal hier nochmal rum. Nein. Nein. Ja. Ja. Ach, das ist ja. Dankeschön. Ja, danke. Äh, hier auch nur. Schade eigentlich. Achso, ich habe gerade eine Karte aufgenommen. Heißt also, ich muss gucken, dass hier nicht wieder irgendwelche Monster gesporen sind. Kennen wir ja. Kennen wir ja. Kennen wir ja. Kennen wir ja. Achso, ich habe nur 200 Leben. Äh. Vor allem, wenn hier jetzt eine Tür ist. Wir haben noch ein Fünftel der Gegner. Also bis zu ein Fünftel der Gegner. Das heißt also, hier sind ja sind Klarität Gegner. Dementsprechend war das jetzt relativ dumm, dass ich schon die ganzen Boni aufgenommen habe. Also, äh, die ganzen Leben. Aber da jetzt haben wir hier noch ein bisschen was an Sprit für meine Kettensäge. Ich werde also primär für die Kettensäge benutzen. Ja, doch, komm. Warum nicht? Warum nicht? Gönnen wir es uns einfach mal, ne? Machen wir mal One Pill. Ah, das war gut. Oh, ich habe die ganze Suppe bekommen. Was? Ich dachte immer, man kommt ja immer mal zwei. Habe ich eigentlich von mir jetzt? Hä? Mal so kommt man eins, mal so kommt man zwei. Letztend kommt auch wieder zwei. Ne, nur ein. Geht doch zwei. Okay, bin voll. Was für eine Scheiße. Das macht ja mal überhaupt keinen Sinn. Dankeschön. Habe ich mir noch irgendwas übrig gelassen. Wahrscheinlich eher weniger. Ich habe ja alles aufgesaugt. Wie so ein Staubsauger. Na. Na. Haben wir noch irgendwelche Secrets? Nein, haben wir nicht. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir nehmen das hier nochmal mit. Dann haben wir schon mal ein bisschen was. Für Bildschirm brauchen wir noch. Ne, warum? Ich, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir noch. So. Hier haben wir noch ein bisschen was. Da haben wir noch ein bisschen was. Und dann sollte das Ganze auch eigentlich fast reichen. Okay. Für beide Bedürfnisse reicht das vollkommen aus. Ich werde jetzt aber hier unten nochmal die Rüstung mitnehmen, wenn die hier noch ist. Ja. Und. Dann würde ich mal sagen, bänden wir mal das Level. Das Level hat schon wieder viel zu lange gedauert. Wenn ich mal bedenke, wie viele Versuche wir alleine für den Anfang gebraucht haben. Das war ja schon ein bisschen traurig. Achso. Äh. Wie kommen wir jetzt hier nicht runter? Ist doch gar nichts, oder? Ne, da ist doch gar nichts. Äh. Leute, wo ist das Ziel? Da ist eine rote... Da ist was Rotes. Ja, Mann, das. Hä? Das wird mich verarschen? Wir haben hier den Schalter gedrückt, ne? Ja, klar, genau. Was ist die Tür hier? Ist hier nochmal ein... Achso, ja, da ist noch ein Schalter. Sagt mir das doch. So, jetzt ist jetzt aber nichts geöffnet. Nein. Ah. Eine Treppe. Ah. Oh, lol. Also, okay, wir hatten tatsächlich noch genug Leben gehabt. Weiß man ja am Anfang immer nicht. Gutsch hin. Ich würde mal sagen, das war schon gar nicht mal so schlecht. War das schon nicht unbedingt. Von daher, ja, verabschiede ich mich dann mal. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal welche bin. Von daher, ciao mit V und Vogel V und YV und GVTV. Von, 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 von.